ja willkommen zurück zur gothic sequel ich hatte ja schon erwähnt dass ich nicht im gewohnten umfeld aufnehme deswegen ist es wenn die folgen ein bisschen komisch aussehen aber ich hatte jetzt in der letzten der letzten aufnahme sagt ich spreche jetzt mal mit diego dass ich bereit bin weil ich irgendwie nichts mehr finden kann was ich noch so groß machen kann ich bin wieder am form es kann losgehen gut ich brauche dich jetzt worum geht es mit unser alter freund ist bei den feiern in der bergfeste ja milton ist hier ja wenn es stimmt was das schreibt brauchen wir hier im lager sehr bald seine hilfe ich habe keine ahnung von dämonen und außerdem kann ich auch nicht von ihr weg gehen die bergfestung und sprich mit milton über xadas warnung er wird ihr zuhören du musst deinen weg finden diese dämonische brut aufzuhalten sieht aus als ob ich meine alte arbeit zurück habe das leben ist hart und ungerecht allerdings gibt es da noch ein problem wieso wundert mich das nicht rovers paladine haben die bergfestung völlig abgeschottet nicht mal eine fleischwanze würde es schaffen auch nur einen fuß in das gemäuer zu setzen müssen wir die alle weg klatschen oder was wie komme ich dann da rein dann wie komme ich dann hinein tora ist eine kundschäfterin der paladine wenn dich jemand in die festung bringen kann dann ist sie es ich werde mit dir sprechen wir sehen uns wieder viel erfolg mein freund ich will trainieren tschüss tschüss kapitel 2 der aufbruch aber das bild passt nicht das bild passt nicht jetzt können wir auch mal gucken ob jetzt so langsam mal die leute was anderes zu sagen haben rüber zu kassian kassian julius ist am joggen moin ich will stärker werden stärker du bist am ende ja war klar hätte ja sein können so julius wie sieht es aus hast du was neues zu erzählen gehen wir noch hier ne hat nichts neues zu erzählen der jude wie sieht's hüglers 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 hallo hi wo durchzeichnet achso das hatten wir schon bla 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 ich glaube der ist einmal gestorben oder so zumindest hat er den mund offen und was ist das hier ist zu weit weg ach man kann sich waschen hier wie cool ist das denn so eine kleine hier pumpe äh pumpe wie nennt man das nochmal doch wasserpumpe ne doch doch müsste eine wasserpumpe sein oder zeig mir deine speisekarte was willst du haben okay er hat immer noch nur das was das gibt's doch nicht kapitel 2 und nix passiert oder wie wir kriegen ja doch nicht mal irgendwo ne rüstung ah es ist nervig elite soldat hat uns der bettler hier vorne was zu erzählen na aber ne rosse vielleicht hat rosse was zu erzählen rosse wie sieht's aus oder die händler inventare sind aufgefrischt ja ich geh noch zu thora keine angst ne er hat nix zu erzählen dann gehen wir mal hier rüber zu gottmar sei gegrüßt hallo zeig mir wie man ein besseres schwert schmiedet heute zeig ich dir wie man ein breitschwert schmiedet das kenn ich schon zeig mir deine ware was soll es sein eine glühende schwertklinge guck mal der hat jetzt ganz viel kram hier die kaufe ich das kaufe ich das kaufe ich auch das nicht das kaufe ich das kaufe ich das auch die zangen nicht das bier die suppe das und jetzt mal gucken was er so hier drin hat ja nix neues dann kriegst du jetzt ein paar breitschwerter ja perfekt dann gehen wir über das Händlerviertel einmal rüber zu snuff und danach zu thora der marktplatz ist auch da geblieben wo er vorher war ne hey der ist ja immer noch da was muss er willst du nicht weg na immer noch da ja ok tschau warum macht der nix der will nicht los man könnte wahrscheinlich auch mit allen möglichen äh äh hier verrückten hier reden wenn man bock hätte nee warte mal steh doch mal auf jetzt auch nichts der auch nicht ok schade keine neuen Dialoge bei den äh krankenpflegern gucken wir mal hier im Händlerviertel ob hier noch neue Dialoge kommen vielleicht kann der Pfeileschnitzer ich wusste es ich wusste es hör auf zu rauchen Argon na dann soll er halt rauchen gehen wir rüber zu Hellbegore sag mal was du hast sag mal was du hast schade er hat nix neues Osric Osric nein schade Brian hast du mittlerweile was auch nicht Iska neue Ware das ist doch nicht zu fassen ey und ich glaub der pafft immer noch ne perfekt nix neues nix 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 nur der Gottmarte neue Ware schade schade Marmelade so dich werde ich nicht abgucken wobei doch Edo geh mal hoch geh mal hoch zu deinem Dealer Eck ich komm da gleich naja ich komm gleich vielleicht ne neue Rüstung Uga Immer noch nicht Was doof ist aber auch Wäre echt cool So Edo Jetzt hat man deine gefundenen Sachen Er hat nix Nix Rückende Tschüss Ja wie es aussieht Kann man nur noch gucken ob Snuff noch was zu erzählen hat Aber ich denke nicht Oder geht es bei Gereon jetzt hier weiter Nö Gereon ist wie es aussieht immer noch verbuggt oben in seiner Hütte Schade Ich hätte gerne ihm den Ring abgegeben Aber es scheint nicht zu funktionieren Was bist du für einer Ein Herumtreiber der in seine Hütte guckt Den haben wir irgendwann mal verprügelt Zu Hallo Hi Wir werden jetzt einfach mal kochen Zuerst Für uns jetzt hier Dinge Achte auf das Feuer Die Suppe muss immer leicht köcheln Regelmäßig Kochlöffel umrühren Damit der richtige Geschmack entfalten kann Und Ah guck mal Jetzt kann ich ihn fragen Und wie macht man nun die Suppe So Ach ja richtig Im Grunde ist es gar nicht so schwierig Ich schäle die Fleischmannzenschale vorsichtig mit ihrem Panzer Schneide das Aus ihrem Panzer schneide das Fleisch Klein Und gebe es Gebe noch etwas Brot Um super etwas anzudicken Anrühren Krise Salz Abschmecken Fertig Okay Dann finde ich Fleischwanzen Das wissen wir Einfach da Blablabla Es gibt hier ein Lager Zwei Müllberger Dort findest du eigentlich immer ein paar von den Biestern Brot und Salz Zuttern bei Argon im Händler Vettel Pro Räte sind immer gut gefüllt Ich bin auch bemerkenswert Dass der so viel hat So Hast du etwas Fleischmannzensuppe für mich? Schade Hat der dann vielleicht Fleischstoff für uns? Ach guck mal Wie steht es um deine Kundschaft? Das neue Rezept ist ein voller Erfolg Bei dem Fleisch einstehen sie sogar wieder Schlange Danke nochmal für deine Hilfe Obwohl du mir bis heute nicht erzählt hast Wie du an Halvers Kochbus gekommen bist Ja Das willst du nicht wissen Hallo Hi Hast du etwas Fleischantopf für mich? Hier Ah guck mal Das heißt Oh das ist dann immer so ein Upgrade Das heißt man kann jetzt immer Fleischstoff jeden Tag abholen Das ist Moment Moment Nikolas Wie schmeckt dir das Essen hier? Beste Kochsuppen sind erste Klasse Ja 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 Wird fertig Kann der Kalgor noch was sagen Was machst du hier? Kalgor sodat Der Achso Kennen wir schon Limitus Bla Bla Schade Wie sieht es jetzt mit dem Ah guck mal Der Quest Äh Äh Die Quest ist fertig Der Quest Der Quest ist abgeschlossen Die Quest ist abgeschlossen Die Manche Lärmchen Ich grüße dich Anglisch du bewertest du Halt stopp stopp Ich hab mir den gestrigen Oh das geht mir immer spannend Stumpfe Gewalt gegen tödliche Finesse Mist Warum hab ich's weggemacht Ich die Demelack Nein Alles klar Dann geht's jetzt runter Zur Tora Oder hat Larkus noch neue Ware Bleib deine Ware Bei mir bekommst du nur frische Ware Nuss ein Silber Nuss ein bisschen Sumpfkraut So Hier kriegst du ein Breitschwert Hat schon ein Breitschwert ne Jetzt hat er zwei Breitschwerter Man darf auch nicht alles glauben Man darf auch nicht alles glauben Was man hört ne Das ist ganz wichtig ne Das darf man nicht So Tora Warum hast du kein Leben Ich muss mit den Feuermagiern Steffen Kefordere ich Da Ich muss mit den Feuermagiern In der Bergfestung sprechen Du bist ja ein Spaßvogel Warum erzählst du mir das Diego schickt mich Kein Wort Mehr Weib Ich hörte du bist Deine Kundschafterin Ich hab ja gespeichert Ich hörte du bist Deine Kundschafterin Der Paladiner Scheint sicher Mittlerweile herumgesprochen zu haben Aber warum sollte ich dich Zur Bergfestung bringen Es ist von größter Wichtigkeit Ich habe Informationen über die dämonische Bedrohung Nach der die Feuermagier forschen Was Weißt du über die Dämonen Bring mich zur Bergfestung Es ist wichtig Ich bin so dumm Nun gut Ich werde dich an den Wachen Vorbeibringen Aber ich kann dir Nicht alle Türen öffnen Du wirst allerhand Überzeugungsarbeit leisten müssen Äh Klar Respekt Ja okay Dann lass uns Zur Bergfestung aufbrechen Ich bin bereit Etwas Abwechslung Ist mir ohnehin Willkommen Sollten wir uns Unterwegs verlieren Treffen wir uns wieder In der Arena An der Arena Klar An der Arena Klar Folge mir Wenn du es schaffst An mir Dranzubleiben Du solltest vielleicht mal was essen Tora Hallo Schade Dass es nicht Geklappt hat Dass wir das Ja ich hab wahrscheinlich Den Dialog verkackt Muss ich mal in einem anderen Spielstand Dann testen Aber ich hab auch keine Lust Dass sie gleich beim ersten Viech umfällt Ich geb dir mal eben Ein bisschen Leben So Kurz mal gucken Ne Die hat nix Okay So Das war rein Investigativ Ja Nachgucken Ob sie nicht sterben könnte Sie hätte sterben können Eine ganz schön größere Klappe Dafür dass sie so langsam ist Man hätte ihr vielleicht auch mal Den normalen Gang geben können Also das normale Rennen Was meint ihr Wo geht die lang Äh geht die lang Geradeaus oder links Also links Richtung Sumpf Oder rechts ist Äh Äh Orkgebiet hoch Orkgebiet wäre kürzer oder Hey da sind Scavenger gespawnt Was macht sie Mal schauen Okay sie geht links rum Ja Ist ja gut jetzt Ja 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 Auf geht's Tora Weiter Hallo Die Scavenger sind wirklich lästig Ja Sie vermehren sich schneller Als man sie zum Essbaren Zu essbarem Verarbeiten kann Ich will mir jetzt gleich noch mal Angucken wie sie kämpft Das heißt ich werde ihr beim Wolf Nicht helfen Dann mach mal Außerdem ist sie mit der Waffe Um einiges schneller Cool Wo schlägst du hin Aber der Wolf macht dir gar keinen Schaden Oh ich hab mal auf die Charakterwerte gucken sollen Ich Idiot Nein Tja jetzt ist zu spät Jetzt ist zu spät Viel zu spät Alter was ist das denn für ein Scavenger Grasland Scavenger Gucken wir mal What Was machen die denn für Geräusche Das ist ein dämonischer Scavenger Dämonischer Stachel Verdammt Dämonische Brut Was waren das für monströse Scavenger Die Magier sagen Diese Seien von Dämonen besessene Ach Dies seien von Dämonen besessene Tiere Viel stärker Widerstandsfähiger Als normale Exemplare ihrer Art Hören sie auch echt cool an Sie sollten bald was dagegen unternehmen Sonst werden sie uns noch überrollen Von mir aus kann es weiter gehen Ah Was ist auf der anderen Seite der Brücke dort hinten Ein kleines Hohlensystem Dort soll früher eine ganze Horde schwarzer Goblins gehaust haben Aber hüte dich vor der Höhle Warum Die untoten Gebeine dieser herren türkischen Geschöpfe Streifen noch immer durch diese Durch die Höhlen stollen Achso Nun aber weiter Ja warte ich will das hier mitnehmen Ja ja wir können weiter Aber coole Sache Wo wir bei der Rena gestartet haben Dass mal das eingebaut wurde So ey wenn wir Bei uns verlaufen Oder wenn wir uns verlieren Treff uns hier wieder Ja Hier ist unser Außenposten Ach einer unserer Außenposten Die Kundschaft erhalten nach Orks Ausschau Und melden regelmäßig alle Aktivitäten an die Paladine In der Bergfestung Okay Euch scheint nichts zu entgehen Gavok Hat noch mehr Kundschafter Hier im Tal auch ich Bin einer von ihnen Hä Wer ist Gavok Er ist der Paladin Der für uns Kundschafter und Außenpost verantwortlich ist Mein Auftraggeber Wenn du so willst Ich habe Betonung Main bei mir ne Muss man ja mal sagen Richtig richtig gut Deutsch 4 lesen 6 Das ist der Zeitdruck Ich weiß nie wie lange so ein Fenster offen ist Wenn ich mir die Ruhe antun würde Dann würde ich es wahrscheinlich besser vorlesen Aber der ist Entschuldigung Aber da kommt halt wahrscheinlich immer so Ein innerer Panic Moment bei mir Hier ist nix Schade War nicht hier im zweiten Teil der Gestalt Und später Gorn Meine ich doch ne Was haben wir denn hier Oh Da sitzen zwei Jungs Der Vito Ab hier beginnt das abgeriegelte Gebiet der Felsenfestung Nur Gefolgsleute des Königs dürfen es betreten Diese Torwache dort Sehen aus wie Soldaten des Königs Nicht wirklich Genau genommen sind es nur Hilfstruppen Aha Billig angeworben und hastig ausgebildet Um den ersten Ansturm der Orks zu bremsen Kanonenfutter Sie wissen es selbst Aber sie hören es nicht gerne Also sprech sie nicht darauf an Wenn du Ärger vermeiden willst Dass wir denn riesiger Spaß werden Ja wir können sofort weiter Vito Was machst du hier oben in den Bergen? Wir sollen Wollen Soldaten des Königs werden Doch das ist schwieriger als ich dachte Wollt ihr Soldat des Königs werden? Wieso? Diese Torwache da drüben sagen Wir müssten erstmal Zu den Hilfstruppen schaffen Bevor wir wichtige Richtige Müssten es erstmal Aha Aha Und wenn wir gute Soldaten sind Dann könnten wir vielleicht Sogar mal echte Paladine des Königs werden Ich verstehe Aber die wollen uns nicht mal Bei den Hilfstruppen haben Weil sie sagen Wir wären keine guten Kämpfer Ich verstehe Willst du auch Soldat werden? Nein Eigentlich will ich nur in die Bergfestung Du kommst nie so einfach durch dieses Tor Da wette ich meine letzte Buddel drauf Ich werde mir danach die Flasche abholen Wir sehen uns Okay Tassio Oh Mist Mist Zurück Oh zum Glück Tassio Warum bist du hier draußen? Ich Will So 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 Soldat werden Ja Tassio ist etwas langsam Auch im Kopf Weißt du Ich verstehe Am besten du hältst Dich an mich Jo 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 Weiter geht's Ja Tora Ich komme Ich komme Ey Du da So ist Kamerad Wie Okay Kann es passieren Ey Du da Ey Ich Du gehörst nicht zum Gefolge des Königs Also zieh dein oder ich mach dir beinah Ruhe jetzt Noch einen Schritt weiter Wir machen klein Hier Leute Alarm Steck die scheiß Waffe weg Dämonen werden nun Einzug halten Ja Leute Die haben mich nie reingelassen Was ist denn das Problem Tora bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Bleib stehen Leute Alter Ich krieg die Krise Ich mach jetzt das anders Warte mal Weg mit der Waffe Weg damit Tora Steck die Waffe weg Alter Wie Okay Ich weiß nicht wie es geht Aber ich mach den hier Moin So War mir jetzt zu doof Also Weiter geht's Tora Du kannst passieren Mit Begleitung Kein Zutritt Ich will den nicht fest Alter das kann nicht euer Scheiß Ernst sein Machen das jetzt alle Wachen Meine Herren Doof So Was ist das hier Auch nur ne Wache Hören wir mal kurz hier aus Ist ja schon bemerkenswert Also hier sind Ist das hier einer mit Namen Ne Wache Und Wache Befestigt geht so ne Also ich will jetzt nicht sagen Leicht befestigt Da sind schon einige Leute Oh Wie es scheint Ist hier Feierabend Ja Willkommen zurück Wie es scheint Kann ich nicht weitergehen Weil da oben wohl Irgendein Pfeil fehlt Also ich Vermute es Ich sag jetzt nochmal Der Tora Sie kann weitergehen Und hoffe dass es klappt Ansonsten wäre hier tatsächlich Schon Ende Gut Wir sind bald da Ähm Ja willst du nicht losgehen Tora Tora So okay Tora will gerade nicht weitergehen Ich speichere jetzt nochmal Denn Also ich Mach jetzt schon mal die Abmod Das wird wahrscheinlich das einzige sein Also klar hier vorne Das mit den Wachen war ein bisschen doof Dass die mich immer wieder rausgeschmissen haben Und dann nicht durchgelassen haben Ähm Da vorne geht es bei der zweiten Fackel Also zwischen erster und zweiter Fackel Äh kommt ne Error Ich vermute Weil das Spiel halt nicht weiter geht Ich versuche nochmal hinzulaufen Die Gothic Sequel wird aber wahrscheinlich hier zu Ende sein Sollte es der Fall sein Äh Ja bedanke ich mich Sollte jemand bis hierhin zugeguckt haben Wie gesagt ich werde noch ein paar Sachen machen Hier zu der Sequel Aber das beinhaltet jetzt Also das was jetzt so ist Ist wahrscheinlich so Das In Anführungsstrichen Let's Play der Gothic Sequel Von daher Auf zum Error Auf Auf und davon Oder auch nicht Hä Hä Ich hab's nicht Vorhin gab's hier einen Fehler Ich versuche jetzt nochmal die Tora irgendwie zum Laufen zu bringen Scheiße scheiße Ich hab vergessen zu Tora Hallo Von mir aus kann's weitergehen Ich verstehe es nicht Wie kriegt man das denn jetzt geregelt hier Ähm Nochmal Laden Hallo Bla bla Ende Okay Äh Ich laufe jetzt einfach mal ohne Tora weiter Ich hoffe dass es jetzt doch weiter geht Oder Ich weiß es nicht Was kann man denn noch machen So Hier ist Milton Hä Äh Äh Okay Es ist Es ist Wie es aussieht Ist jetzt hier Hier nicht weiter gemacht worden Vermute ich mal Ich weiß auch nicht Ob ich hier hin darf Oder nicht Oder Keine Ahnung Ähm Ich guck einfach Also wenn der nächste Error kommt Mach ich eine Abmod Und dann Ist Feierabend mit der Gothic Sequel Oder Wache Noch eine Wache Noch eine Wache Hier ist auch noch eine Wache Meine Güte Hier sind nicht viele Wachen Was ist das hier Hier ist Ulf Ulf Hast du was zu sagen Ulf hat Ende zu sagen Hugo Uga Uga kann auch Ende sagen Meine Güte ey Ihr seid ja wie Brüder Und hier Hier ist die Schmiede Mit einem nackten Schmied Wulfgar Der Ende sagen kann Genial Schade dass es Warte mal Schade Können wir nicht dran Aber Wie viele Sachen Hier so gesehen Noch eingebaut wurden Oder eingebaut Werden sollten Links Rechts Links Rechts Links 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 Nichts drin Okay Wie sieht es mit der Kiste aus Der Fackel Schön Aber hier sind ein paar Items drin. Ein paar Items gibt es hier zu finden. Ja. Mensch. Was gibt es hier? Boah, wie cool ist das denn? Alter. Das sieht hier mal mega genial aus. Hier so ein kleiner Lagerraum. Hier ist der Durchgang. Können wir noch theoretisch bis zum König? Ist hier ein König? Also ist hier der König? Hallo? Noch eine Wache. Wieder eine Wache. Eine Leiter. Okay. Weiter geht's. Hier oben ist... Vardon. Hat Vardon einen Dialog? Vardon hat auch keinen Dialog. Schade. Also die unterschiedlichen Rüstungen sehen natürlich auch ziemlich cool aus. Was ist hier? Alchemitisch. Da diese Runen-Zeugs-Dinger. Eine Kiste. Was ist in der Kiste? Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Ganz viel nix. Schön. Tja. Ich glaube, das war's. Mir wird von der Goffek-Sequel so gesehen nichts gemacht worden sein. Oh, oh. Oh. Ein Thron-Sein. Der Thron ist leer. Wir sind der König. Niemand kann uns etwas befehlen. Huah. Warum mach ich so viel Unfug hier? Und wo geht's hier lang? Es ist... Ohne Scheiß. Das sieht eigentlich teilweise richtig geil aus. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Alle die gleiche Kombi. Hier geht's nicht weiter. Schade. Schade, Marmelade. Trotzdem erkunden wir noch. Immer Angst, dass es inzwischen ein Absturz ist. Ich will halt gucken, was ist hier noch so alles gemacht. Da vorne steht jemand. Ich glaube, eine Wache. Wird wahrscheinlich eine Wache sein. Moin. Links geht's runter und rechts geht's auch weiter. Ach, hier geht's sogar noch hoch. Meine Herren, ey. Was haben die denn hier alles noch gebaut? Wer ist das? Zieh dich aus und leg dich hin. Geh baden. Du bist über... Hä? Prinzessin. Zieh dich aus und leg dich hin. Geht nicht. Geh baden. Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Was haben die für Dialoge da reingemacht? Alter. Und wen haben wir hier? Keinen. Okay. ? Was ist das? Wie ist der Sinn? Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Ja, ja. Ich bin doch schon weg. So, wie lange hat man das denn? Ja! Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Oh nein. Ja, das war's. Mehr gibt's hier nicht. Die Bergfestung wurde erkundet. Was ist noch im Questlock? Der Soldat Hüglatz. Taschendiebstahl Stufe 1, die Arena und die dämonische Bedrohung. Leider können wir nicht weitermachen, weil mehr nicht gemacht wurde, wie es scheint. Dementsprechend werde ich mich auch nicht weiter jetzt hier mit der Prinzessin anlegen. Ich jump nochmal runter für Tora. Gucken wir, ob sie was zu sagen hat. Ansonsten ist Feierabend. Flap. Wollen wir dann nochmal einfach hier die Leute klatschen? Ne, ne? Tora? Ach, Tora ist wahrscheinlich im alten Lager jetzt wieder. Tja, schade drum. Gibt's hier wohl doch nichts mehr. Na dann. Das war's mit der Gothic Sequel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.